Herr Professor Wenz, Sie sind Direktor der Klinik für Strahlentherapie und Radio-Onkologie an der Universitätsmedizin Mannheim. Und unter Ihrer Leitung wurde in Mannheim die erste intraoperative Bestrahlung der Brust deutschlandweit durchgeführt. Würden Sie uns das Verfahren bitte kurz erklären? Ja, das Verfahren ist ein sehr elegantes Verfahren. Während der brusterhaltenden Operation wird ja zunächst der Tumor mit einem entsprechenden Sicherheitsabstand entfernt. Wir gehen dann mit einer Strahlenquelle, während die Patientin noch schläft, in diese Operationshöhle hinein und bestrahlen mit einer einmaligen, relativ hohen Bestrahlungsdosis von innen nach außen. Das hat für die Patientin den Vorteil, dass sie von der Bestrahlung selbst nichts spürt, weil sie ja noch unter der Narkose ist. Brustkrebspatientinnen, die gleich während der Operation bestrahlt werden, kann man sich ja auch denken, denen wird ja erspart, die Bestrahlung von außen oder zumindest ein Teil der Bestrahlung von außen. Und die Erfolge des Verfahrens sind in einer großen europaweiten Studie, der sogenannten Target-Studie, unter Ihrer Leitung überprüft worden. Die Ergebnisse liegen auch schon vor. Würden Sie uns die bitte nochmal hier vorstellen? Wir haben in den letzten zehn Jahren in insgesamt 29 Zentren weltweit diese Untersuchung durchgeführt, wobei das neue Verfahren der intraoperativen Bestrahlung mit dem Standardverfahren der sechswöchigen Nachbestrahlung nach der brusterhaltenden Operation verglichen wurde. Insgesamt wurden über 2200 Patientinnen in die Studie eingeschlossen. Wir haben im April 2010 die erste Analyse gemacht und wir konnten die Ergebnisse nach vier Jahren Nachsäugezeit publizieren mit einer Rückfallsrate von nur einem Prozent. Das heißt, 99 Prozent der Patientinnen hatten keinen Rückfall des Brustkrebses in der so behandelten Brust. Und wie viele Bestrahlungen von außen haben sich die Patientinnen durch diese Methode erspart? Die meisten Patientinnen haben gar keine Bestrahlung von außen bekommen. Bei einigen Patientinnen war es so, dass man während der Operation noch einige Risikofaktoren entdeckt hat, die man vor der Operation nicht kannte. Für diese Patientinnen gibt es ein Sicherheitsnetz. Für diese Patientinnen erfolgt eine reduzierte Bestrahlung von außen, die sich dann auch nur über vier, viereinhalb Wochen erstreckt, statt sechseinhalb Wochen. Welche Patientinnen kommen für dieses sehr elegante Verfahren in Frage? Es sind vor allem die Patientinnen, die wir aus dem Screening-Programm sehen. Das heißt, es ist die etwas ältere Patientin mit dem kleinen Tumor. Es muss ein einzelner, umschriebener Tumor sein, einer bestimmten Wachstumsart, dem sogenannten duktal-invasiven Karzinom. Jetzt haben Sie die Methode dieser intraoperativen Bestrahlung in Mannheim auch wieder als Pilotprojekt, kann man sagen, auch für die Therapie von Metastasen erstmals eingesetzt, und zwar in der Therapie von Knochenmetastasen, die bei Brustkrebspatientinnen ja sehr häufig sind. Wie sieht das Behandlungskonzept aus? Wir haben an unserem Universitätsmedizinischen Institut einen Forschungsschwerpunkt Medizintechnik und entwickeln daher solche Verfahren neu, teilweise auch gemeinsam mit den Herstellerfirmen. Es gibt ein häufiges Problem, speziell beim Brustkrebs, dass Patientinnen gleichzeitig schmerzhafte Knochenmetastasen haben und möglicherweise Metastasen in der Leber oder der Lunge, sodass man zunächst überlegen muss, welche Metastase behandelt man zuerst. Das heißt, bestrahlt man zuerst über vier Wochen die Wirbelsäulenmetastase oder gibt man zuerst die Chemotherapie, um die Leber und die Lunge zu therapieren, was aber immer das Problem hat, dass der andere Herd dann nicht adäquat behandelt wird. Wir haben deshalb ein minimalinvasives Verfahren entwickelt, wo wir in einem einmaligen Eingriff mit unserem Bestrahlungsgerät in die Wirbelsäulenmetastase hineingehen. Es ist ein Hautschnitt von wenigen Millimetern Größe. Es wird eine einmalige hochdosierte Bestrahlung auf diese Metastase gegeben. Anschließend wird dieser Wirbel mit Knochenzement stabilisiert und dadurch sind die Patienten am nächsten Tag sofort belastbar. Das heißt, der Wirbel ist stabil und die Schmerzen sind reduziert. Und eine chemotherapeutische Behandlung kann ohne Pause direkt angeschlossen werden. Bei wie vielen Patienten oder Patientinnen wurde dieses Verfahren schon eingesetzt? Wir befinden uns hier in der Phase der Dosisfindung. Das heißt, wir haben zunächst eine Pilotstudie gemacht mit 20 Patientinnen und sind jetzt in der Mitte einer Phase 2 Dosis-Eskalationsstufe, die wir voraussichtlich in ungefähr sechs Monaten abschließen werden. Und ab dann kann das Verfahren auch in weiteren Zentren zum Einsatz kommen. Wer kommt dafür in Frage? Sind es Patientinnen mit singulären Metastasen, also Einzelmetastasen der Wirbelsäule oder wie sieht da die Gruppe aus, die da für in Frage kommt? Da wir jeden befallenen Wirbel einzeln behandeln müssen, haben wir uns bisher beschränkt auf Patientinnen mit bis zu drei befallenen Wirbeln, die vor allem im Bereich der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule sitzen. Und die Erfahrungen, die Sie jetzt schon haben, Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, also Sie sind sehr schnell schmerzfrei. Können Sie auch schon dazu was sagen, ob was zurückkommt? Wir haben bisher bei einem Patienten erlebt, dass wir tatsächlich eine weitere Behandlung benötigt haben. Alle anderen Patientinnen und Patienten waren bisher rezidivfrei, wobei wir natürlich noch keine sehr lange Nachsorgezeit haben, aber doch sagen können, dass im Sinne einer guten palliativen Therapie dieses Verfahren seinen Stellenwert finden wird. Knochenmetastasen werden ja heute vor allem bei Schmerzen in der Regel von außen bestrahlt. Ist es vergleichbar jetzt, wenn man von innen bestrahlt, vergleichbar mit der Brustbestrahlung von innen? Sind die Vorteile in etwa zu vergleichen? Wir sehen sogar, dass die Schmerzreduktion deutlich schneller eintritt. Wenn wir von außen bestrahlen, dauert es meistens eine Woche bis zehn Tage, bevor eine Schmerzreduktion auftritt. Bei der intraoperativen Bestrahlung mit Kyphoplastie tritt die Schmerzreduktion bereits am nächsten Tag ein. Ist der Eingriff eigentlich gefährlich? Denn es wird ja in einem hochsensiblen Organ der Wirbelsäule, wo die Nerven durchlaufen, gearbeitet. Es ist ein minimalinvasiver Eingriff. Wir haben einen kleinen Arbeitskanal von fünf bis sechs Millimetern Durchmesser mit einer Metallhülse, sodass wir hier sicher außerhalb des Rückenmarks sind, sodass wir eigentlich nicht befürchten müssen, dass hier Nervenverletzungen auftreten. Also es ist im Moment noch im Rahmen einer Pilotstudie an Ihrer Klinik. Wann können denn die Patienten damit rechnen, dass das auch in anderen Häusern eingeführt wird zur Behandlung von Knochenmetastasen? Wir haben bereits begonnen, andere Zentren zu trainieren. Da gibt es ein mehrtägiges Trainingsprogramm, weil es eben ein komplizierter Eingriff ist. Einige Zentren durchlaufen gerade den Genehmigungsprozess, sodass wir davon ausgehen, dass im nächsten halben Jahr viele Zentren das Verfahren auch anbieten werden. Es ist bereits CE-zertifiziert, aber es muss eben noch das Training entsprechend stattfinden. Und wenn Patienten sich diesem Verfahren oder Ärzte ihre Patienten für dieses Verfahren für geeignet halten, dann können Sie sich bei Ihnen direkt melden, also an der Universitätsmedizin Mannheim. Genau. Wir schauen uns gerne die Unterlagen und die Bilder an, prüfen die Indikationen und halten dann Rücksprache mit Patienten, Angehörigen oder behandelnden Ärzten. Wunderbar. Danke Ihnen für die Auskünfte. Wunderbar. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020